In diesem Gemälde von Alfred Sisley bestimmt die Diagonale des schräg stehenden Baumes die Komposition. Aber das bewirkt er nicht allein. Er wäre nur ein diagonaler Strich in der Landschaft ohne die anderen Bäume auf der linken Seite, die sich leicht nach rechts beugen. Sie verstärken die Schräglage im Vordergrund und geben der leeren Fläche des Himmels einen Rahmen. Wenn ein Werk symmetrisch aufgebaut ist, wie diese Möbelskulptur von John Armleder, dann empfinden wir sie in der Regel als stabil. Viel stabiler jedenfalls, als wenn sie asymmetrisch wäre. Armleder spielt mit dieser Wahrnehmung. Er gibt dem Besucher die Stabilität der Gesamtkonstruktion, die um die vertikale Linie in der Mitte konstruiert ist, aber die weiße Bemalung der Kommoden ist nicht symmetrisch. Wer dieses Detail entdeckt hat, sieht das Werk gleich ganz anders. Es sind also nicht nur die großen Formen und Elemente, die eine Komposition ausmachen. Ein kleiner Punkt ist auf diesem Bild von Günter Frutrunk in der Lage, durch seine Helligkeit und Position ein Gegengewicht zu viel größeren Formen zu bilden. Die diagonalen Rechtecke sind so ausgerichtet, dass der kleine Punkt ihnen Halt gibt, während sich in der linken Bildhälfte die Formen ballen und einen Schwerpunkt bilden. So wirkt die Komposition unruhig und stabil zugleich und wegen der starken Diagonalen auch kraftvoll und dynamisch.